Waren diese drei Racker diejenigen, die die Geschenke genommen haben? Sieht eigentlich nicht so aus. Dann bleibt nur noch. Sally! Oh, so ein Glück, ihr seid alle hier. Stimmt etwas nicht? Die Herzlosen sind wieder auf dem Fallbeilplatz. Ich dachte, das solltet ihr besser wissen. Das ist unser Einsatz. Zurück nach Halloweentown. Quack. Ein Augenblick. Also, und was ist mit der Suche nach dem Geschenk? Jetzt, wo du es erwähnst, die Herzlosen spielt mit ein paar Geschenken, als ich sie gesehen habe. Aha, da haben wir die Schuldigen. Ja. Es ist schön, dass dir das auch schon auffällt. Mensch. Okay, dann wollen wir doch mal zur Zuckerstangengasse. Ich schau mal zur Seite. Uns fehlt noch ein Puzzleteil. Ich überlege gerade, wo. Ähm. Ich weiß wieder wo. Ich weiß wieder wo. Okay. Und da bin ich noch nicht rangekommen. Beziehungsweise mit entsprechender Ausnutzung von Gegnern könnte ich da wahrscheinlich reinkommen, aber, ja, nee, das habe ich nicht hingekriegt. So, kommt mal her hier. So, okay, alles verledigt, alles verledigt, sehr schön, dann springen wir auf unser Skateboard, um ein bisschen schneller hier rauszukommen. Unser trusty Skateboard. Und da kommt. Ui, ui, ui. Was bist du denn für ein Jack in the Box? Naja. Da drüben ist dann nämlich das Puzzleteil. Ist mir wieder das Eingefall. Naja. So, 900 Unterfahrungspunkte. Das ist ziemlich nice. Das ist ziemlich nice. Ich weiß, warum ich die Gegner hier alle mitnehme. Du, du kannst nicht hier sein. Lege Halloween Town, meine Order of the Mayor. Somebody, anybody. Ich bin nur ein Eingefall. Ich kann das nicht selbst behandeln. Ich kann das selbst behandeln. Na denn. Nehmen wir unser Schlüsselschwert. Und erledigen so ein paar... Äh, Herzlöse. So, na komm. Na, kommt hier. Autsch. What? Die haben mir die Geschenke wieder abgenommen. Hab ich das richtig gesehen? Die Schweine. So nicht. So nicht, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Na? Oh. Das Geschenk ist irgendwie kaputt. What a shame. It looks like it was such a nice present. Uh, Jack. Oh, help. Someone help me. My latest experiment is gone. It's been stolen. Na toll. Ich habe hier gesessen und gegrübelt, als ich plötzlich angegriffen wurde. Ich bin satt umgekippt, als ich wieder zu mir kam, war meine Schöpfung weg. Keine Sorge, Doktor. Wir wissen, wer sie gestohlen hat. Wer? Wer? Die Herzlosen. Warst du? Hä? Warst du da wärmlichen Wichter? Das ist absurd. Das war ganz bestimmt kein Herzloser. Wenn es nicht die Herzlosen waren. Wer könnte es dann gewesen sein? Ich hätte da eine Idee. Der Dieb mag ganz offensichtlich Weihnachtsgeschenke. Nun, wir platzieren irgendwo ein Paar und locken ihn damit in die Falle. Und dieser Schurke ist dann derselbe, der meine Schöpfung gestohlen hat. Ganz genau. Oder willst du das wissen? Ja. Wie können wir das so sicher sein? Na ja, ist doch ganz einfach. Wir müssen ihn nur ordentlich einschüchtern und dazu bringen, sein Geständnis abzulegen. Doch, noch Wetter. Was haltet ihr davon, wenn wir es fürs Erste mit Jacks Plan versuchen? Lass uns schleunigst zynikes Haus gehen. Wir müssen schnellstens ein paar Weihnachtsgeschenke vorbereiten. Yay. Oh. Dieses Hin- und Hergerenne. Ah, das passiert jetzt automatisch. Na gut. Habt ihr die Geschenke schon gefunden? Na fast, Nicky. Genau das. Ähm. Bald haben wir den Dieb an der Angel. Mit Weihnachtsgeschenken als Köder. Dürfen wir Ihre Fabrik nutzen, um ein paar Geschenke vorzubereiten? Nur Geschenke als Köder? Du mein Güter. Eigentlich gefällt mir das gar nicht. Aber das keine gute Sache ist. Also gut. Nur dieses eine Mal. Im zweiten Stock findet ihr alles. Und macht es mit Hingabe, ja? Natürlich. Was denn sonst? Ja. Ja. Ich hab's selbst. Du bist klar. Dann wollen wir doch mal schauen. müssen wir hier hoch verpackungsraum denke ich mal oder ja ja halt geschenk erstellig wird so für diese maschine ok los geht's machen wir bestimmt mini spiel time mit sicherheit ja sag ich ja benutze die kanone um spielsachen in die leeren schachtel zu befördern direkt um die kanone mit spielsachen nachzuladen nachladen dauert eine sekunde also versuche gut zu zielen okay so furchtags und schrecken auf wenn sie versuchen sich aufzuhalten sie mit dem spielzeug nachladen hmm okay wenn du das sagst falsche geschenke diese geschenke sollen als köder dienen sie sehen in den rechten zum vorwechseln ähnliche ja gut ist halt zeug was in der geschenkverpackung verpackt ist was andere sind geschenke okay was hast du gemacht jack wobei die frage ist er willig zu wissen nein willig nicht seid ihr bereit jo gehen wir ich habe nicht gespeichert aber wir müssen speichern ganz ehrlich überbewertet was solltet ihr plan jetzt jack was ist was ist ich habe es alles geschenkt ich habe es alles geschenkt du hast natürlich und ich habe auch eine wunderbare idee wenn wir den fiefen für dich ich bin froh 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 nicht nichts da jack eben speichern ist für die schwachen pfe man muss schon speichern also bitte gespeichert wird am ende des streams so hmm Ha 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 ha. 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 There you go. There you go. Ha ha ha. Ha ha ha. There you go. There you go. There you go. Now listen, Jack, I'd like to thank you, and while delivering presents is something only I can do, I can give you an idea of what it's like. Yeah, it's a lot, I'll have a happy to do, I'll lose... Tschüss, Jack. Ich hoffe, ich sehe dich niemals wieder. Sankt Kirbinian. Besitzt sehr große Angriffskraft und erhöht den Schaden, den ein Kombo-Abschlussangriff verursacht. Proportional zu der Anzahl der Schläge einer Boden-Kombo. Okay, ich bin zwar jetzt eher so ein R-Kombo-Spieler, aber hey. Mensch. Interessant. So, der Puppet wurde nicht verletzt, nach allem. Er wurde weg von seinem eigenen Weg. In anderen Worten, mein Experiment war ein Verwärmungsvolles Erfolg. Santa Claus denkt, vielleicht ist es, weil es versucht, einen Schaden zu finden. Das ist ziemlich möglich. Nichts möglich. Unlike meine Sally, es war nicht mit einem Schaden. Aber wenn es ein Schaden hat, warum ist es um Schaden zu holen? Vielleicht ist es, dass Schaden sind eine Art von deinem Schaden zu geben. Und da ist er wieder. Mist. Happy Halloween! Was ein schönes Schaden. Ich verstehe. Es gibt keine Boxen, keine Rippen mit einem Schaden. Jack, es geht nicht um die Boxen oder die Rippen. Es geht um was in der Boxen. Nein, Sora. Was wirklich betrifft, was wirklich special ist, ist das, dass du den Schaden zu geben. Ich wünsche dir tief in deinem Schaden zu machen, um zu machen, um jemanden zu glücklich zu machen. Genau. Natürlich. Danke, Sally. Du bist absolut richtig. Wait. Was ist das? Ich fühle mich so strange. So sehr glücklich. Jack, das muss sein, dass es Sally's present ist. Really? Das wunderbare Gefühl? Oh, Sally. Du hast mir das liebste, was in der Welt gegeben gegeben. Und ich habe nichts, was dir in der Welt geben kann. Was würdest du gerne? Nur nimm es. Absolut alles. Das leidste, was ich für immer noch gefragt hätte, Jack, ist, dass es nur mit dir sein wird. Und Sora kapiert nichts. Mal wieder. Ich bin sicher. Ich bin aber nicht ein reales Schaden, außer dir. Oh. Oh, ich glaube, Kairi würde gerne gerne alles, was du mir gegeben hast. Ich weiß. Das hat es so schwierig gemacht. Das ist so schwierig zu entscheiden. Es ist kein Schaden. Es ist etwas in dein Herz. Mein Herz. Du denkst. Das ist der Entsteilung. Wie? Gut, so lange wie sie mit dir sein kann, was braucht sie noch? Ich meine, das sind halt beides ihre besten Freunde und sich dann zwischen den beiden für einen zu entscheiden ist nicht schön.